Mama? Hi! Na? Was machst du hier? Darf ich nicht deine Freunde kennenlernen oder was? Ja, Mama. Sag nicht immer Mama, das macht mich total alt. Guck mal, der Simon hätte uns doch sonst glatt für Schwestern gehalten, oder? Ich weiß nicht. Schätz mal, wie alt bin ich? 36. Was? Bist du bescheuert? Ich sehe doch nicht aus wie 36. Mama, du bist 36. Jetzt wird mal nicht frech. Bis zum nächsten Mal.